Jetzt will ich die neueste Technologie Naos präsentieren. Das ist eine neue Technologie, die Leuten erlaubt, ihre Nase als Maus, als Computermaus zu benutzen. Und jetzt sehen wir, wie das gemacht wird auf einem Spiel mit Microsoft. Essentiell, das ist eine ganz neue Technologie, entwickelt in Kanada vor einigen Jahren. Und mit ihr kann man auch Spiele spielen in Microsoft oder im Internet surfen. Und eigentlich die Idee hinter Maus ist, dass man sie benutzt als reguläre Maus. Und es gibt drei Klicks, die man mit der Nase erfolgen kann. Das ist Left-Klick, Breit-Klick und Doppel-Klick. Wie das gemacht wird, die Person muss einfach stillstellen, bis man die Anschrift Klick sieht. Und dann, wenn man die Nase links bewegt, das entspricht einer Left-Klick. Wenn man die Nase rechts bewegt, das entspricht einer Reif-Klick. Und wenn man die Nase unter bewegt, das ist ein Doppel-Klick. Oben wird das einstellen. Und jetzt sehen wir, wie die Versuchsperson die Figur bewegt, indem sie jetzt wartet, bis es klickt, draufsteht und einfach die Nase links bewegt. Mit dieser Technologie können alle Leute nur mit einfacher Kopfbewegung ihr Computer benutzen und auch Briefe schreiben und Audiobücher herunterladen von aller Art. Das ist es. Danke.